Eine kleine Anleitung für Ihre Dauerkarte der Landesgartenschau in Bayreuth. So einfach geht's. Als erstes den Namen und das Geburtsdatum eintragen. Die Bildklebefolie abziehen und Ihr Passbild aufkleben. Dann die Dauerkarte beginnend an der rechten unteren Ecke aus der Trägerkarte herauslösen. Jetzt die Dauerkarte wenden und mit der Bildseite nach unten exakt in der Ausstanzung fest an die Folie drücken. Zum Schluss die Karte mit dem Daumen nach hinten durchdrücken. Das war's. Viel Spaß mit Ihrer Dauerkarte auf der Landesgartenschau 2016 in Bayreuth.